Okay, es geht los, es geht los, Digga. Bro, wenn jetzt kein Spider-Man kommt, ich würd mir so dumm vorkommen. Bro, bitte... Gib mir irgendwas... Das ist kein Spider-Man. Das ist kein Spider... Doch, das kann... Craven! Das ist... Craven? Oh mein Gott, Digga! Neue Sinister Six! Oh mein Gott! Das ist auf jeden Fall Spider-Man Grafik Und er hat ne Kette! Zeig mir nen Zahn! Zeig mir noch nen Zahn! Ich hab das Muster, ich hab das Muster, Baby! Ich hab ein Craven, Digga! He, he, Spaderman 2, Digga! Spider-Man 2! Hey, Faith, you will not listen. He, 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 Digga! Geil, Digga! Oh, shit! Ich bin in deiner Schuhe für Stunden, aber du siehst nichts. Komm, Baby. 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 Chill out, chill out. Dicke sind im Dschungel, Dicke. Ich glaube, da wird keiner kommen. Ey, der sieht sexy aus. Das ist ein geiles Craven-Design, Mann. Richtig geiles Craven-Design. Oh, sie wollen Spidey? Oder wollen sie Venom? Oh, er will ganz, er will ganz New York auseinandernehmen. Ja, Meilsverfreude, ja. Oh mein Gott, Dicke. Oh mein Gott, Dicke. Venom! Venom! Werum, Dicke? Komm. Werum. Let's go, let's go, let's go, Dicke. Was? Jetzt kommt Musik. When you left in the dance, look as a flower. Come on, Dicke. Yeah, Dicke. Boah, es sieht so schön aus, diese Farben. New York. Boah, ey, man merkt direkt Krieg, Dicke. Es wird ernst. Die suchen, wen suchen die, Dicke? Werum? Yo! Spidey! Yo! Ja! Black Suit, Dicke! Yo! Yo! Was? Was? Yo! Oh mein Gott, wer haben wir? Was geht ab, Dicke? Oha! Was? Ein komplett neues Moveset, Dicke! Oh mein Gott! Und wir sind wirklich in Streets, Dicke. Wo sind wir, Dicke? Boah! Boah, ey, er ist wütend. Hört ja die Stimme, Dicke! Oh mein Gott! Er ist bereit zu töten, Dicke! Oh mein Gott, Dicke! BOOOOMM! Absolut Overpower! Und der Suit ist sexy, Dicke! Die einzelnen Szenen überall! Aber man hört direkt aus seiner Stimme raus wie aggressiv! Wer warst du gehört, ey? Sop! Ja! Final Game, Dicke! Oh mein Gott Dicke! My boy, there he is! There he is! Yo! Yo! Ah, neuer... Digga, schau, wie krass... Ey, es sieht noch mal krasser aus als das Remaster, man! Oh mein Gott, er hat Wings! 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 Das ist kein Wings, Digga! Oh! Ja, ey! Ey, das Web-Swing wird noch mal so tausendmal krasser sein! Oh mein Gott! Baby, ey! Da merkt man wirklich, das ist ein neues Spiel, Digga! Bro! Bro, Digga! Nein! Leck! Leck! Oh mein Gott! Oh... Ja, toll! Eigene Web-Straßen, so... Ja? Bro... Das geil... Fack mich, ob Malz auch ein schönes neues Moveset hat oder nur... Peter, ey! Safer doch, ein neues Moveset! Oh! 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 Die... Boba, lass ihn weg, Malz! Oh, Kamyami-Ha! Was?! Oh, Haaaaa! Er hat ein dickes Upgrade bekommen! Ey, Jo! Merkt ihr, Digga! Die beiden arbeiten auf einmal mit so vielen neuen Special-Attacks. Ey, mein Hals tut weh, ich schreie zu viel, sorry. Ey, ich kann nicht mehr schreien, meine Stimme geht stumm. Das ist zu geil. Krass, dass sie es direkt starten, auch mit Peter, wie er sich an den Symbionten hat und direkt stupid geht, ey. Ich glaube, die heben sich komplett Venom auch auf. Die werden nichts zeigen, habe ich das Gefühl. Okay. Bro, direkt sie fangen an mit Craven, Venom, Lizard. Stacked Cast, es ist wirklich stacked. Moment, ich bin ein bisschen hinten, ey. Bro, er ist menacing, er ist wirklich krass. Boi! Fand me right there, ey. Bro. Ey. Oh, wie er glänzt auch im Dunkeln. Ey, es sieht so krass aus. Oh, das ist Genki. Hey, no. Let's go, let's go, let's go. Boah. Boah, es wird so geil sein, sich in den Beinen zu switchen. Ey, ich bin so ganz saut. Yo, was ist für eine geile Passage, Mann. Oh, kann man JetSki fahren? Boah, ey, ich hab wieder so Bock in diese Welt einzutauchen, das ist unglaublich, Mann. Pats, Digga, in die Fresse. Bro, ey, dieses Webswinging. Wirklich orgasmic. Ich will, dass sie Peter zeigen, wie er ausrastet. Er macht irgendwas Bonges-mäßiges. Bro. Oh. Einfach Black Suit. Boah, er ist so... Man hört die Wut richtig raus, das ist so geil, Mann, ey. Ey, die machen so einen krassen Voice-Acting-Job, Mann. Ja, er hat auch die Wings. Jo. Bro, ey, es ist... Es sieht auch so viel schöner aus. Die Gebiete sehen auch komplett neu aus, obwohl es die gleiche City ist. krank. Oh mein, ey. Das could be us, Mann. 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 Su- ansonstant ist ein GjoNão- Italy's. Get insomniac, wir können so gut werden. Scheiße. Schaden, benutzen Sie. Sei da hinten. Ich weiß! Ich weiß! Stee bäst! Bro, der ist einfach ein Dinosaurant, die Galle. Diese Hörner. Digga, was ist das mit so für ein Action-Abteil, Bro? Das ist komplett stupid. Oh my... Jetzt switch, Digga. Jetzt switch. Upp, Digga. There we go. Man, es wäre mein Traum, so gemanhandelt zu werden von Spider-Man. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. Ja, Digga. Rar. Was ist das, du Biest raus? Schnapp ihn dir, Digga. Bro, ihr fliegt einfach so weg. Bro, Digga. Oh mein Gott, Digga. Digga. Was ist das neue? Was ist der neue Slogan? Lord, have mercy. Bro. Ey, das war so schön gerade. Das war gerade so schön, Mann. Digga. Ich komm nicht drauf. Ey. Mir fehlen die Worte, Digga. Hat man ein Release-Datum gesehen? Ich hab nicht drauf geachtet. Habt ihr ein Release-Datum gesehen? Nee. Oh, nee. Bitte, Sony. Okay, gut, okay, gut. Ich hatte Angst, dass sie vielleicht den Pull machen 2024. Ich hatte Angst. Ey, Jungs, wir kriegen es dieses Jahr. Ja, Allah, danke dir. Ey. Bro. Oh, mein Gott. Geil. Was ein geiles Ding, Mann. Was ein geiles Ding. Ey. Bro, sie haben direkt Smoothie-Man gezeigt. Und all black, Digga. Smoothie-Man. Er hat gespritzt links, rechts, sein schwarzes Zeug. Einfach jeden gebumst. Ich frag mich echt, wie das spielen wird. Wird es überhaupt schwer sein, mit ihm zu spielen? Weißt du so? Machst du einen Knopf, tötest du den. Das waren genau 10 Minuten, Gehre, das du gerade angeschaut hast. Genau 10 Minuten, Digga, das hat sich angeführt für 2 Minuten. Ja. Ey. Bro. Was war das, ey? Ey, Loki, ich brauch eine Verschnaußpause gerade. Ich bin gerade ein bisschen zu. Was kannst du hinlegen, das war zu viel. Wenn du es heute nicht auch erschöpft. War kaputt. Ein bisschen zu viel, Allah. Ich brauch eine neue Ladung, Saskia. Egal, was ich von Spidey 2 erwartet habe, das gerade hat das Ganze um Längen getoppt und meine Sichtweise komplett verändert. Das wird eines der geilsten Games aller Zeiten, ja. Bro, also. Ich habe keine Zweifel, dass das Game, oh mein Gott, ich chill gerade ein bisschen zu viel, Bro. Ich bin gleich ein. Ich habe keine Zweifel, dass das Game mindestens so gut wird, wie das letzte, wenn nicht sogar besser. Und das letzte, das erste ist für mich, wie gesagt, der 10 von 10 gewesen, Digga. Das war eine absolute knackige 10 von 10. Alla Bonnere, wisst ihr? Es wird zu krank. Was wäre es eigentlich von mir? Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Rendos, haut rein. Habt noch eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag. I don't know, ich werde das ja eh als Reaction hochladen. Und ja. Haut rein. Peace, peace. Love you 3000. Peace, 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 peace. 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 Peace.